Und damit ein weiteres Heyo und Willkommen zu diesem Part. Ich bin gerade aufgestanden und ja, wir gehen zum neunten Türchen, um zu gucken, wie das Spiel so sein wird. Digga, ich mache nichts falsch! Digga. Ach komm schon. Was? Was war das denn? Ich habe keinen Bock auf das Game. Tut mir leid, aber nö. Warum? Warum? Warum nochmal das Game? Warte mal. Es ist die Mütze. Das hatten wir letztes Mal auch an meinem Game. Megageil. Das Game ist ultra langweilig. Ich bin nicht weg. Es ist das selbe. Es ist einfach das selbe. Fast. Ich mache das nur bis 100. Weiter mache ich das nicht. Kann ich vergessen. Das Game ist das beste. Bis höher. Muss einfach gesagt sein. So. Dann. Das war's mit dem Video, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like genau da, aber ansonsten... Geh ich gleich den Baum wieder anzünden, Alter, das ist so eine Scheiße. Mann, sie sollen nicht so rumheulen. So wie du, denn du bist eine Null.